Das ist nur eine Ebene. Ja, da sind mehrere Ebenen, also hab ich Zeit. Ist der nicht eingefroren? Ach ja, warte, ich hab da eine andere Idee. ich habe bestimmt inger schlüsse schwert mit den effekten die gene einzufügen ja der fahrzeug ist zu schwer und machen machen wo markierer funktionieren sollte auch gegen das schlussschwert musst du haben ausrüstung nein wird die neuen angriff blogs das hier nehmen kurz so das ist nur diese gegnersorte Hallo? Elektrostrom. Okay. Wo ist deine Böllerwampe? Ich gehe mal kurz raus. Ich will mal sehen, ob ich ein anderes Schlüsselschwert benutzen kann. Ah. Das Schlüsselschwert brauche ich eher. Das Schlüsselschwert. Okay. 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 Das muss immer nicht relevanter sein, das reicht mir. Ja, komm. Irgendein Gegner muss sich noch einfrieren, hallo? Ich will mich doch gerade verarschen. Und dann muss die Gegner auswählen. Hm, was hier istá! Ich bin echt... Ich hab' mich echt richtig angestellt bei der Aufgabe. Ich verstehe es nicht, warum er zu Feuer wechselt, wenn ich das auf... Naja, sehen wir mal, ob ich das wirkt, ob ich jetzt noch alles bekomme. Ja, aber ich glaube eher nicht. Nichts, eben, ne? Vielleicht schaffe ich das. Okay, das schaffe ich. Ja, 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 ja! 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 Ja Ich geh einfach raus Ja, dann sehen wir, was ich jetzt bekomme Ja, wie viele Punkte ich eher bekomme Hm, okay Ich weiß es nicht Und wir haben Luftcombo Plus gelernt Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alles geholt habe Okay, weiter geht's Nee Ich muss bei Schlüssel wechseln Also wenn ihr das machen wollt, also gegner 3, ähm, drei Gegner einfrieren benutzt Herzensprecher, das ist effektiv, hat mir auch gerade sehr geholfen Warum nicht davor, weiß ich nicht Wir sind in der neuen Gegend Ja, ich rieche übel, wenn du mich fragst Und meine Füße können es auf keinen Fall, du hast auch keine Dann ist Jaffa wohl ganz nah Meinst du, wir können allerdings der Stadt helfen? Na sicher Ein paar freundliche Klapse auf Jaffas Gesäß sollten Agrabas Zeitmotor wieder aufs Laufen bringen, wenn es allwieder frei gehen fuhren Nicht in Traum beneide, ich wäre auch so gern frei Doch, das kann ich nur werden Wenn mein Herr es sich wünscht Du bist in der Lampe gefangen? In deinen Schuhen möchte ich nicht schicken Kein Problem, hab mir eh keine Dafür aber einige Tricks im Ärmel Hey, Déjà-vu, dasselbe habe ich auch zu L gesagt Der schien übrigens ziemlich verstecknig zu voll zu sein Hat Aladin dich etwa hier gefuckt? Du hast recht, Aladin ist echt in Ordnung Als wir uns das erste Mal getrafen, war er auch um mich besorgt Also gut, Genie, allerdings braucht er uns Du weißt, den Wegmeister Ja, okay Ach ja, wenn ihr denkt Jetzt Jäger What the fuck Blitzejäger, was ist denn Blitzejäger? Ein fester Blitze, die Gegner rasen, schnell verfolgen und mehrfach schaden Okay, geil Ach ja, wenn ihr denkt, man kann, äh, es passiert Wir, äh, wir verlieren Schaden, wenn ihr darunter fallen Nein, hier ist auch ein Bug Den man auch noch Das auch, oder Ausgabe Komm nicht hin Hier ist ein Bug Ja Ich weiß gar nicht, ob das optional ist, oder Oder dass man ihn wirklich machen muss, aber ich mach den jetzt Den goldenen Ritterling besiegen Da ist der goldenen Ritterling Energie, Ohrring, aktiviert Fokusblocken, lade deine Taktplätze durchblocken auf Ähm, traut, dass er da nur hündert Ähm, traut, dass er da nur hündert Ich brauch etwas über 2000 Zehn Prozent Ja, ist ja schön, dass er goldenen Ritterling Die schlimmste Sorte Diese Turboflieger und dann noch diese komischen Kopftuchdinger da Egal, ich sammle jetzt schon Punkte Ich brauch sowieso über 1000 Die goldenen Ritterling meinen sie damit Äh, diese Fungis Aber ich hab die Befürchtung, wenn ich Wenn ich den suche Wird mir ein anderer Gegner begegnen Und auf den hab ich gar keinen Bock Ja, bei den Zwei Parts da, wo ich gesagt hab, der Sie sind ganz hoch, leider die 31 Minuten So stumpfer Das rote Viech da Ja, das rote Viech Das meine ich Ja, das rote Viech Ich hab die Chance, das hier zu machen Ich hasse mich dafür Ja, ich sammle einfach jetzt Punkte Ja, das ist nur eine Ebene Ja, okay Ich würde gerne das jetzt geholt Ja Dann muss ich auf der alten Muschatpunkte sammeln Was ist das? so haben wir das auch da da kommt jetzt wieder der goldene fungi hier noch nicht ja ich glaube ich kriege es auch so hin ohne das zu sammeln ohne die herausforderung zu schaffen ja ich krieg das hin und mindestens 3000 jahre ist ich habe richtig gerechnet habe wo ist der ausgang von da komme ich ich bin so dämlich so meine dummheit kann man echt nicht sagen so kommen wir hier so riesen felder noch ein level chip hechtige scheiße du bist so raleigh dann mache ich hier noch ein level ab 35 dafür mache ich jetzt hier 1 hatte er das hier jetzt noch ein paar stück da habe ich noch eine fähigkeit die ich dazu machen kann hat er mir gerade ein punkt abgezogen der bastard